ja die musik ist schon so ein bisschen melancholisch angehaucht muss ich mal so sagen ich weiß ob hier irgendwas geschehen wäre oder so was wir jetzt überhaupt nicht begreifen kannst weil es ja noch ziemlich am anfang gespielt ist wo ich hier unten am strand strand latsche noch mal bitte strand lang latsche so rum und hier gibt es strand zeichnungen ja cool und so ich weiß noch nicht was das heißt die strand zeichnungen genau wie weit kannst du hier gehen an dem strand alter ist ja was kannst du hier um die ganze insel umgehen es gibt doch es gibt aber auch keine anderen tasten die man drücken kann es gibt hier nur w sd und und q mehr gibt es nie die erste ich find myself to be as featureless as this ocean as shallow and unoccupied as this bay a listless wreck without identification my rocks are these bones and a careful fence to keep the precipice at bay shot through me caves my forehead am mount this aerial will transmit into me so all overexposed the nervous system where donnelly's boots and yours and mine still trample i will carry a torch for you i will leave it at the foot of my headstone you will need it for the tunnels that carry me under mhm krass aha danke danke ist da hinten irgendwas wenn das so komisch was sieht hier ne das ist bloß ein reifen aber es gibt halt auch keine abfrage noch keine kollisionsabfrage hier du läufst hier drüber wie hm wie nix du läufst hier drüber wie oder war ich nix das sind eigentlich wirklich keine richten steine wirst du so eine textur blub normalerweise müsste ich an seinem stein hängen bleiben aber hier nix ich nur für drüber wie ich würde drüber wie nix das ist ja echt krass oh ne hier bin ich guter falsch muss man jetzt endlich zurück gehen ja auch noch muss man lieber zurück gehen oder kann man hier noch weiter gehen wenn man so weiter war ich schon drüber gehen kann über alles ne ne da muss man echt zurück gehen jetzt toll tolle sache sehr nice sehr nice tolle sache tolle sache naja muss man halt mal alles zurück glauben wieder durch unsere blödheit heiß blödheit das hat der entdeckertrang der sich da aufbaut in einer gewissen so heiße in einer gewissen art und weise aber das wird schon auch die geräusche ey woher der wind und so und die musik ist auch immer weg ich find's voll krass wird das hier nun dunkel jetzt noch nie weil da schon so vorabendische stimmung ist hier schon so halb dunkel und so hier ist so rot drinnen und normaler himmel doch schon eine geile atmosphäre ey so ein so ein Landlebenhaus irgendwas Das sieht man hier auch an den Gräsern, dass sie sich mitdrehen, dass es hier Half-Life-Engine ist. Da sieht man, dass es keine richtigen Gräser sind, da haben wir bloß Bitmaps, die sich mitdrehen. Das merkt man schon, dass es von den Half-Life-Entwicklern kommt. Ich weiß ja nie, ob jetzt hier The Chinese Room, ob das jetzt auch ein Entwickler-Team ist aus... ... von Half-Life oder The Chinese Room, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe mich da noch nicht so schlau gemacht. Ich bin echt neugierig auf das Spiel, was das noch so alles bringt. Ich finde es jetzt schon irgendwie ganz neugierig. Oh, kommt wieder raus. Es ist wahrscheinlich so gut gelegt, dass es artificiell ist. Ich finde mich einfach in den delusierten Zustand des schreibenden, ... Purpose, deliberate Motive zu alles hier. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wie die Insel überhaupt entsteht, kann man jetzt hier runterfallen? Oh ja, hier kann man klug runterfallen. What? Ich glaube, ja, da kann man runterfallen. Das wollten wir jetzt klug erst mal nicht austesten. Ob man hier runterfallen könnte. Oder nie? Oder nie? Wir laufen hier lang wie nix, immer wieder, seine Erinnerungen, die er da aufruft, oder seine, die komischen Zwischensequenzen hier, oder was das sein soll? Oh, jetzt kommt endlich wieder Musik. Wenn jemand hat, oder was dying, oder so ill, die gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this. Keep any would-be-rescueers at bay. The infection is not simply of the flesh. Was denn für eine Infektion? Irgendeine Infektion, Flash and Bones? Hm, keine Ahnung. Flash and Bones. Wollen wir halt mal gucken, ne? Was es hier so... Auf sich gibt mit der... Geschichte. Hinten eine Stonehenge noch gebildet, ne? Komm, wo's denn? Stones... Ach so, die ganzen Erzählungen und so, ich find' ich schon geil. Hoch. Kannst du wieder zwei Wege? Ne, ne, ich geh mal ein bisschen durchs Gras. Sch... Gras... Gras... Dario? They were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, two years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, Marken die Geografie mit einer superimposenden Signifikanz, dass sie die Bibel in die Bibel und ihre Kontradiktion inhalten können. Ich bin hier im Hesen, unser Protagonist hier. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt rausgehe. Ich könnte mal weg besorgen hier irgendwo. Ah. Jetzt geht's wieder runter ins Meer zu dem Fischerboot da unten. Fishing-Boat. Bin ich überhaupt raus? Genau. Schreiben wir mal. Lieber Aster. Ich habe Paul kennengelernt. Ich habe mein eigenes Pilger gemacht. Mein Damaskus, ein kleiner, semi-detacheter, auf der Flasche von Wolverhampton. Wir haben einen Kaffee in seiner Küche und versucht zu verbinden mit uns. Obwohl er wusste, dass ich nicht in der Suche von einer Apolosie, Reaktion oder Retriebe. Er ist immer wieder in Panik. hoch und leuchtet von seinem eigenen Kaffee. Die Verantwortung hat ihn alt gemacht. Wie wir. Er hat bereits über eine gewisse Grenze des Lebens übergebracht. Oh. Ich kann so. Oh, ne Höhle. What. Höhle. Ich würde mal gucken, ob ich zu dem Schiff da hinkomme. Schwimmen wir, schwimmen wir. Da schwimmen wir mal ein bissel. Gucken, ob wir da hinkommen. Wow. Sieht zwar gerade nicht so aus wie schwimmen, aber... Oh fuck. Da wird's wieder. Oh fuck. Oh fuck. Oh krass, ich glaube nicht so weit aus aufs Meere raus. Aufs offenen Meere und so. Uua. Ho. Wenn du nicht schwimmst, gehst du unter wie Spitzkatze. Das Böses. Gucken wir mal bitte hier an den Rand lieber. Aber wir können ja nicht springen, ne? Oh was. Kommt da noch hin oder nicht? Ne, da schauen wir mal, wo nicht hinzukommen. Zu dem Boot schauen wir, wo nicht hinzukommen. Aber da sehen wir, so schwarz wird. Ach, hier komm ich grad hoch. Ne, da ist bloß ein Stone, wo man nicht hochkommt. Müssen wir wohl doch in die Höhle rein oder was? In der Underground-Höhle. Oh, ich... Ich... Ich salfe einmal ab hier. Wahnsinn. Der Wind rein, die Höhle beheillt. Spooky. Ich find myself increasingly unable to find that point where the Hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams it forms into a perfect representation of Lots wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Der Wind erforder serait unfeекстlich fast. Du bist dann ein Sieder noch... Irgendwas? Da kommt immer mehr Person... Dann kommt immer mehr Person... ... das ist Wahnsinn. ... Oh... Auch noch Medical-Li-Licht angemacht. Höhlenmalerei oder was? OH... Wo ist es, die Höhlenmalerei oder was? Krass, man. Ich weiß wohl wie, was ich da erscheint sollte. Oha, also chemische Gleichung oder was? CC, Kohlstoff. Oha ist Wasser. Wasserstoff. Wasser, Wasser. Wasserstoff, Wasserstoff. Ist irgendeine Gleichung oder sowas? Ist das hier für... Das ist irgendeine chemische Gleichung gewesen. Das ist nur irgendein Symbol hier. Das ist auch hier. Irgendein Baum oder so. Dann geht es sich wieder raus. Bitte nicht, warum?